So, dann fahren wir mal eine gechillte Runde in die City. Ja, das Problem ist, das Wetter ist heute ein bisschen schlecht. Was heißt schlecht? Es war bis jetzt eben noch richtig gut, aber jetzt zieht es halt hier langsam zu und ich hoffe, dass ich gleich noch trocken nach Hause komme. Kurze Runde wird es wohl reichen. Mein Helm noch hier zumachen. Oh Gott, schaffe ich das noch? Ja, auf jeden Fall ist heute auch der letzte Urlaubstag. Wir hatten mega, mega gutes Wetter diese Woche. Nur halt jetzt, ja sogar heute war noch gutes Wetter bis eben. Und jetzt zieht es halt zu. Bin ich mal gespannt, wenn es gleich, oder ob es gleich anfängt zu regnen. Also die Stadt selber, die ist schon echt mega schön, wie ich fände. Gleich sind wir schon, schon im Bereich der Innenstadt, wo so das Zentrum losgeht. Oh Gott, Schräglage ist mit dem Ding nicht so geil. Ja, hier vorne ist die Universität. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Gewässer auch. Sehr viele Leute, die hier Kanu fahren. Fahren wir mal hier lang. Eine kleine City-Stammrunde. Also die O Gott, hier oben ist ja. Oder dat ist auf jeden Fall. Oder das kommt. Oder das ist ja. Dann früher schon. Genau das ist ja, oder? Und wir gehen mal hier auf. Wir haben hier oben hier oben. Und wir gehen noch, wo wir jetzt da oben. Und wir haben hier oben da oben. Also das ist ja, hier oben da oben, da oben da oben. Aber ich mache ja unten. Also das ist ja, da oben da oben. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das hier ist so ein Einkaufszentrum Die gibt es eigentlich auch alles Was heißt alles? Also es gibt hier auch recht viel, was es so bei uns auch gibt C&A, H&M, wie man sieht, Zara, Reno Ja, das hier ist so ein Einkaufszentrum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, fahren wir mal da lang, aber ich kann keine Kurven fahren mit dem Ding, ey. Ich glaube der Helm ist auch ein bisschen overdressed hier für den Roller. Ja, fahren wir mal da lang, aber ich kann keine Kurven fahren. Ja, so schaut das hier aus. So eine Mischung aus sehr, sehr alten Gebäuden. Und auch, äh, es gibt auch echt viel neuere Gebäude, das jetzt hier in der Innenstadt, da sind die meisten Gebäude eher alt. Es wird auch viel renoviert. Weil für sich ist die Stadt echt mega modern. Es gibt hier eigentlich alles, alles was man braucht. Ja, das ist die Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann geht es auch schon wieder langsam zurück Ich sage es euch früher, als ich 16 wurde und ich habe meinen Rollerführerschein in Deutschland gemacht Meine Eltern haben mir den Roller hier gekauft Jeden Tag, jeden Tag bin ich gefahren, stundenlang Ich musste so oft wieder tanken, der Sprit war jedes Mal leer Ich bin nur gefahren, gefahren, gefahren Das war so krass Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist echt schwer die Spur zu halten. Ich glaube, das wäre ein cooler Platz, um mal eine kleine Insta-Story zu machen. Da geht es so mal drauf. Aula, warte, das machen wir woanders, ich weiß schon wo. Ja, locker, alter, locker. Ja, locker, 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 locker. Ich dachte eigentlich, dass meine Freundin hier irgendwo ist. Aber es ist nicht meine Freundin. Die wollte mit dem Hund nämlich irgendwie runter. Aber es ist wahrscheinlich schon wieder oben. Oh, fuck, alter. Oh, wie sehr cool, ne? Ist mit dem Roller nicht so cool. Ja, wie ihr seht, könnt ihr hier komplett legal. rumfahren im Gelände. Und es stört, also es ist komplett legal. Es stört auch einfach keinen. Das ist halt richtig, richtig cool. Ich meine, solange man Rücksicht aufeinander nimmt. Ja, und zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Ja, Leute. Ich bin auch schon wieder zurück. Und an dieser Stelle übrigens, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennt. Da oben an der Leitung, da hängt eine Flasche mit so einem Seil dran. Ja, das habe ich vor, lass mich nicht lügen, 15 Jahren mal hochgeworfen. Ist dann hängen geblieben. Und seitdem hängt das da oben. Naja. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, würde ich mich wieder über einen Kommentar freuen. Und ein Like und ja, Abo ist natürlich Nonplusultra. Kostet auch nichts. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Da kommt noch was Spannendes. Und dann würde ich sagen, sieht man sich dann beim nächsten Mal. Und ja, an dieser Stelle dann. Ciao, ciao.